Liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, am 24. November stimmen wir über zwei mietrechtliche Vorlagen ab. Ich erläutere heute die Vorlage zur Änderung des Obligationenrechts im Bereich der Untermiete. Die Vorlage geht auf eine parlamentarische Initiative zurück. Der Bundesrat war ursprünglich der Meinung, dass die bestehenden Regeln ausreichen. Das Parlament hat die Gesetzesänderung beschlossen. Wir stimmen darüber ab, weil dagegen das Referendum ergriffen wurde. Worum geht es? Die Vorlage will strenge Regeln für die Untermiete. Die Untermiete ist ein bewährtes Prinzip. Mieterinnen und Mieter können ihre Wohnung, einzelne Zimmer oder auch ein Geschäftslokal an eine andere Person untervermieten. Das kann zum Beispiel dann vorkommen, wenn man für eine bestimmte Zeit ins Ausland geht oder die Wohnkosten mit anderen Personen teilen will. Geschäftsmietende können auf den Geschäftsgang reagieren, indem sie ein Teil des Geschäftslokals untervermieten. Die angespannte Lage auf dem Wohnungsmarkt und die Verbreitung von Vermietungsplattformen im Internet können jedoch Missbräuche bei der Untermiete begünstigen. Deshalb sollen klare Regeln geschaffen werden. Auch in Zukunft wird die Untermiete möglich sein. Mieterinnen und Mieter müssen aber ein schriftliches Gesuch für die Untermiete stellen und die Vermieterschaft muss schriftlich zustimmen. Jede Änderung bei der Untermiete muss der Vermieterschaft mitgeteilt werden. Zudem darf die Vermieterschaft die Untermiete neu verbieten, wenn diese länger als zwei Jahre dauern soll. Bereits heute können Vermieterinnen und Vermieter ein Mietverhältnis wegen einer unzulässigen Untervermietung kündigen. Künftig soll dies aber ausdrücklich im Gesetz stehen. Die strengeren Regeln lassen die Untermiete weiterhin zu, sie sollen aber Missbräuche verhindern. Parlament und Bundesrat empfehlen die Vorlage zur Annahme. Untertitelung des ZDF für funk, 2017